hallo ist die so bei ich bin hier nur bei der klasse einem hotel vom dezident visor brez und zwar in der bay boutique und ich wollte euch hier mal ein paar weihnachtliche charaktere zeit passen auf und fahren wir einmal die marie und die katze einen schönen französischen hut und unsere marie die kostet 29 euro 99 so leicht daneben haben wir unseren kuh ist doch auch sehr gut aus oder so ein bisschen ländlich angehaucht ebenfalls 29 99 ist nicht sehr niedlich muss ich sagen so dann haben wir unten bambi unserer weihnachtsbambi ja so auch niedlich mit weihnachtsbannmütze und bambi jetzt kommen wir bleiben sitzen kostet auch 29 so dann haben wir hier von ratatouille mit einer weihnachtlichen kochmütze hat er um zuckerstange hat er in der hand wie das wird für eine ratte so und unser remis aber wir mal was remis kostet hier wie kostet 24 euro 99 so weiter geht es schon mal hier unten ja guck mal hier der war keine hunde so für 19 19 19 euro 99 wir haben aber alles auch nicht ganz so groß ja also muss man etwas sagen etwas kleiner so und unsere sollte hatten gibt es auch wenn man bei der parade dabei ein soldat aus dem disney-universum kostet 13 euro 99 so da sind noch mal alle unsere charaktere die wir hier als weihnachtsfiguren haben ja da würde ich mal sagen war es auch mit dem video tschüss sagt dann heute ist der opa hier aus dem opa backup im disneyland resort paris tschau